Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Reuter. Ich bin Apotheker, Selbstständiger, Vortagsredner, Buchautor und YouTuber. Und meine Freunde und Bekannte oder Geschäftspartner fragen mich immer, wie kriegst du all das geregelt? Das ist relativ einfach. Ich habe hier jemanden, der mich tatkräftig unterstützt. Ich habe einen Live-Coach und Führungskräfte-Coach, die Sabine Osmanowitsch. Nun wird jeder sagen können, nun, coachen kann doch jeder, ist doch gerade in. Ja, mag in sein, aber so richtig gute Coaches, die musst du schon sehr, sehr lange suchen. Oder hier eben dieses Video gucken. Die meisten Coaches und Führungskräfte-Berater sagen, ja, ich bin Coach, ich schule Führungskräfte. Wie mache ich das? Indem ich sehr, sehr gut hinhöre, zuhöre und individuelle Lösungen erarbeite. Das nennen sie dann ihre Positionierung. Warum ist das so? Keine Ahnung. Klingt jetzt nicht so interessant. Bei Sabine ist das ein klein wenig anders. Sabine startet mit dem Warum und Sabine sagt, mein Antrieb ist es, meine Kunden dort abzuholen, wo sie sind und mit ihnen gemeinsam dorthin zu gehen, wo sie hin möchten, ihnen das Leben so einfach wie nur irgendwie möglich zu machen. Das ist mein Warum. Dafür brenne ich. Wie mache ich das? Indem ich sehr, sehr gut zuhöre, hinhöre und individuelle Lösungen für meine Kunden, aber höchst individuelle Lösungen für meine Kunden anbiete. Und mein Was, by the way, ja, ich bin Jans Life Coach und ich coache Jan als Führungskraft. Gleich eine ganz andere Botschaft und ja, an dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an Sabine Osmanowitsch. Sabine, super geiler Job, mach so weiter. Es ist schön, dass es dich gibt. Es ist bis jetzt keinem Berater und ich habe schon viele hier kommen und gehen sehen. Keinem einzigen Berater so gut wie dir gelungen, mein Team und mich kurz-, mittel- und langfristig auf gleiche Flughöhe zu bringen, maximalen Spaß zu haben und maximalen Erfolg zu haben. An dieser Stelle vielen lieben Dank und ja, ganz klare Empfehlung. Love, Peace, Bye.